hallo und herzlich willkommen zurück zu immortals phoenix rising ja ich bin ein bisschen verwirrt weil ich habe mal auf die karte geguckt da hinten wird mir eigentlich das verließ angezeigt aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher dass das da vorne dieser eingang ist dass wir den machen müssen die frage ist jetzt da vorne sind aber da kommen wir nicht hin weil das eine was ich rüber geworfen habe ist anscheinend komplett kaputt gegangen der felsen und ich muss ja irgendwas haben was ich hier drauflegen kann drei stück was war das ach so stand ich gerade drauf stell dich bloß nicht da drauf genau das ist geil wenn man mit den schwingen dran ist da gut da kann ich hochkommen das zu holen das ist ja auch alles alles schön und gut aber wenn ich das jetzt wieder kaputt mache hier was ich natürlich tue ja genial dann habe ich jetzt quasi gar nichts mehr ne so wollte ich das jetzt nicht oh der hat funktioniert keine ahnung warum aber der hat funktioniert okay geben wir hier mal eben gucken wieso macht ihr die flügel nicht mehr wenn ich auf den gleit drücke ich weiß jetzt sind wir wieder ganz oben aber komm hoch ich habe da was gesehen was schönes was ich jetzt nicht mehr sehen was ich jetzt nicht mehr sehe was ist denn hin oh moment wo bin ich denn jetzt das ist jetzt aber wieder ein völlig anderes rätsel hier aber wir gucken trotzdem mal kurz hier geht es noch weiter hoch eben gucken da muss die perle hin und dann kriege ich aber nichts was ich jetzt vielleicht unten gebrauchen könnte oder nehme ich mal an wird hier wahrscheinlich was freigelegt ja wir machen das mal einfach ich weiß nicht ob es eventuell dazu gehört ich glaube jetzt eher nicht aber wir machen es trotzdem mal wenn ich das denn hier hoch kriege also wenn ihr jetzt merken würde wie extrem mein controller am vibrieren ist das ist schon heftig aber das ist 200 meter entfernt mit der träne ich glaube nicht dass das jetzt dazu gehört aber wie gesagt wir machen es trotzdem mal eben nein nein ich habe keine ausdauer mehr nein 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 nach oben mit dir böse kugel ganz böse kugel okay die schwebt aber ist okay so das ist jetzt frei das ist jetzt auch alles schön und gut okay das ist auf jeden fall irgendeine herausforderung irgendeine geschwindigkeitsherausforderung ich weiß es nicht auf jeden fall nichts was wir jetzt hier machen wollen das ist wieder der strahl mit dem ich hochkomme nein du sollst hallo nein na bist du los ähm zwischendurch muss ich mal festhalten weil ich dann immer denke ups ich knall zu weit runter naja Zeitrennen ist mir egal Leute okay also das hat anscheinend alles nichts damit zu tun nehme ich mal an ja dann bleibt immer noch die Frage zu klären Moment da hinten sind noch Felsbrocken aber die werde ich wahrscheinlich nicht bis hier kriegen oder komme ich überhaupt da rüber das wäre dann noch die nächste Frage da unten ja das müsste gehen okay komm mit der hier nicht immer was ist denn das da hinten das ist so dunkel ah Moment da hinten ist noch Ambrosia da können wir auch direkt nochmal eben gucken so ist hier eigentlich irgendwas drin äh ich vermute mal dass das der Ausgang ist ich bin mir aber nicht sicher Questbereich da komme ich theoretisch auch rein da komme ich nicht rein ah da müsste ich dann letztendlich ganz reinkommen okay ja ich weiß jetzt nicht genau wo ich jetzt überhaupt hin muss rechts oder links rum boah Hilfe aber wir holen uns erstmal das Ambrosia das ist ganz wichtig okay so wie komme ich jetzt da wieder zurück ich habe immer noch keine Ahnung wie ich da reinkomme lass doch mal los man also theoretisch könnten wir auch hier was machen praktisch wahrscheinlich eher nicht da oben ist was eingezeichnet Moment hier kommen wir durch bringt uns aber nichts ah da müssen wir okay was ist denn hier oh das sieht man jetzt irgendwie nicht danach aus als ob man hier hin möchte okay und das ist zu ja ich schätze mal wir müssen wirklich hinten erstmal den Bereich machen die Frage ist nur brauchen wir die jetzt für rechts oder brauchen wir die jetzt für links weil ich würde jetzt sagen ich brauche die tatsächlich für hinten aber ich kann das jetzt hier schlecht rüber werfen doch noch geht er nicht kaputt im Gegensatz zu dem der ist kaputt gegangen scheiße okay das Problem ist auch ich sehe jetzt hier nur noch die Hälfte weil das jetzt alles so komisch grau ist ach da sind auch noch zwei kleine jetzt gewesen wollt ihr mich denn veräppeln ehrlich jetzt ach Leute wahrscheinlich brauche ich die großen also die schweren dann wirklich auf der anderen Seite ja gut den einen kann ich jetzt nicht mehr dahintun der ist jetzt eh kaputt ach so Moment kaputt ja das ist bestimmt von dem großen jetzt gewesen hier oder hä was ist jetzt los hallo wo ist mein Stein hin Mädel dreht man sich um und auf einmal ist der weg wollt ihr mich veräppeln das ist nicht euer Ernst jetzt da muss ich den großen mitnehmen das ist aber auch das letzte was ich hier finde so den einmal dann haben wir den Eingang schon mal etwas auch wenn wir jetzt nur einen Schritt weiter sind mal schauen ob wir jetzt hier überhaupt weiter kommen es ist so dunkel okay nein ist das gar nicht der Questbereich nein oder das ist überhaupt gar nicht der Questbereich okay jetzt bin ich ganz offiziell genervt ja den brauchen wir eventuell für die andere Seite dann noch aber wenn wir da wirklich nirgendwo weiter kommen wieder komplett zurück da müssen wir rein das ist klar so viel wissen wir schon mal immerhin etwas die Frage ist jetzt nur wie schaffen wir das jetzt da rein zu kommen können wir das irgendwie verschieben oder so ne das müsste dann ja theoretisch von selber verschieben oder sowas hier bringt uns das auch nichts aber Moment ach komm mach schon sag mir nicht dass ich da durch muss oh Gott ähm ja genau ich weiß jetzt noch nicht ob ich jetzt links rum ne links rum muss ich anscheinend nicht also muss ich quasi da direkt rum oh okay ich muss mehr tiefer nein komm das war ja so gut wie da was müsste jetzt ja toll jetzt ist das hier ah ne das war vorher auch rot das ist aber immer noch rot wieso ist das nicht weggegangen gibt es hier noch eine hier hatte ich zuerst gedacht müsste ich hin ähm gibt es doch sonst gar nichts mehr oder nee oder aha okay ein Schalter ist erledigt müsste das aber doch irgendwas bewirkt haben hier das ist nur die Flamme angegangen sonst hat sich oh nein das müssen drei auch noch erlebt ach du scheiße ähm aber da unten war doch nichts ne Moment oder ist da jetzt was gekommen da kann man noch runter gehen oh Gott sag mir bitte nicht dass es so ein Jump and Run Ding ist hier Moment einer noch okay einer ist jetzt anscheinend aktiviert und ich stürze jetzt wahrscheinlich gleich in die Hölle hier ähm ja fehlt noch der dritte Schalter ja komm geh doch mal da hoch oder zur Seite oder was auch immer muss ich den jetzt hin Moment äh da muss ich wieder hoch genau so war das okay erstmal wieder ein bisschen Ausdauer tanken komm spring nicht backen springen loslassen so perfekt äh wo kam ich jetzt wieder hoch da okay gut raus sind wir schon mal perfekt ähm aber wo ist das dritte da oben ist noch was glaube ich oder ach so ach ich glaube das habe ich eben aktiviert ja genau gehen wir jetzt da durch oh Gott jetzt hat das schon so lange gedauert bis wir überhaupt da rein können jetzt will ich nicht hoffen dass das da drin auch noch so lange dauert so Calliopes Kummer äh ich ahne Schreckliches oh ist nicht euer Ernst oder was möchte ich denn hier machen ist alles rot ah unten links oben oh dann gehen die aus oh Gott äh Moment das muss ich mir mal eben aufschreiben weil ich glaube sonst werde ich hier wahnsinnig drin also 1,2 sind die da unten okay 1,2 das ist es nicht 1,2 das auch nicht 1,2 das auch nicht oh das ist doch ein Mist dass man das dann erstmal alles raus hat 1,2 3 Moment das muss ich mir mal aufschreiben 3 4 dann haben wir das oben schreibe ich mir mal eben auf so müssen wir überhaupt noch mehr machen oder mussten wir jetzt nur die 4 aktivieren ich glaube nur die 4 ähm wo müssen wir denn hin ähm ist das überhaupt an hier ah doch ist es an oh was soll man hier ah nicht schon wieder so ein scheiß Rätsel ich hasse euch Leute ehrlich kann man das doch nirgendwo dran erkennen was das erste ist doch da achso doch das erste ist glaube ich immer am Rand 1,2 perfekt und dann muss irgendwas vielleicht auf der anderen Seite oder so natürlich ist das falsch ich hasse dieses Rätsel da muss ich dem EP recht geben er hat mich schon vorgewarnt 3 das ist es nicht es war klar so Moment 1 2 3 4 ja wie viele denn noch 1,2,3,4 und das ist natürlich falsch war ja klar also das kann ich mir gerade noch so merken wenn das jetzt aber ganz kompliziert nach innen geht dann kann ich es mir gleich nicht mehr merken äh 3 4 das ist natürlich falsch oh Gott und ich habe eben noch gesagt ich möchte dass es hier drin bitte nicht so lange dauert wie draußen ähm das ist es auch nicht Leute ich hasse euch echt 1,2 3,4 also nicht die die mir jetzt zugucken sondern die die das Spiel hier erfunden haben das ist echt da war ich jetzt eben schon drauf oder ich weiß es gar nicht mehr außen war auf jeden Fall falsch oh das ist jetzt so viel das kann ich mir doch gar nicht mehr merken gerade ich ich bin zwar im Memory immer sehr gut gewesen aber nicht wenn ich dann ja auch noch abgelenkt werde okay das ist es nicht ich glaube ich gehe jetzt mal systematisch irgendwie ab 2 3 4 das ist es auch nicht so mach an 3 4 nein oder okay wäre ja auch zu schön gewesen so 1 2 überspringen 3 4 5 überspringen nein okay die nachfolgenden Inhalte werden sich um circa 2 Stunden verschieben also 2 3 ich bin nach außen gegangen ich bin nach innen gegangen ich habe keine Ahnung wo ich danach schon hingegangen bin wenn ich ehrlich bin oh nee das ist wieder sowas was so gar keinen Spaß macht 3 das hatte ich probiert ich weiß jetzt gar nicht mehr ob ich das jetzt oh Moment das hatte ich doch noch nicht probiert also 2 3 hoch 1 zur Seite ich weiß auch überhaupt nicht ob es da irgendeinen Sinn gibt oder nicht gibt keine Ahnung 3 hoch 1 zur Seite aha haha ha darf ich hier mal kurz einen Screenshot machen anscheinend nicht äh hä ach so der hat gar keinen Screenshot gemacht nicht verfügbar naja wie auch immer ihr seht es ja wie was man machen muss also falls ihr da irgendwie Hilfe braucht ich hab's endlich geschafft oh mein Gott ähm ich würde aber gerne ich weiß nämlich nicht ob ich das Ganze hier nochmal machen muss so aber ich glaub das bringt sowieso nichts wenn ich da nochmal durchlaufe oder also ich hoffe er hat's dann gespeichert dass ich das geschafft habe so müssen wir auf die andere Seite können wir überhaupt auf die andere Seite oh komm nein ich hab's gewusst dass die das wieder nicht hinkriegt ich hab's gewusst vielleicht hat das auch wirklich was damit zu tun dass man nach oben gucken muss das weiß ich natürlich nicht oh er hat's gespeichert okay ich werde jetzt bekloppt werden wenn ich das nochmal machen wüsste ich wüsste jetzt nämlich schon das letzte nicht mehr oh nee oh nee oh geh hoch geh hoch geh hoch ich glaube es hat wirklich was damit zu tun dass man nach oben gucken muss geht er durch los oh nee also der EP hat mich schon vorgewarnt dass das richtig scheiße noch wird oh äh wollt ihr mich veräppeln nee oder eins zwei drei wahrscheinlich doch die drei auch aber die vier nicht mehr oh Leute ich muss mir das aufschreiben sonst weiß ich nicht mehr ähm so drei erstmal nach oben okay nach rechts ist es nicht eins überspringen und eins nach oben so und dann eins nach rechts oder zwei nach rechts eins nach rechts okay muss ich mal aufschreiben vergesse ich es dann sowieso wieder oh manu 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 also eins zwei drei nach oben eins überspringen eins nach oben eins nach rechts eins überspringen äh nein ich hab's gewusst äh na sagt doch einer dass er gerade am schießen ist boah ist das Mist also eins zwei drei auslassen eins oder das jetzt eins nach rechts den auslassen ne da noch drauf eins nach rechts und nicht nach nebens okay eins nach rechts das muss ich mir schon mal aufschreiben so oder muss ich dann als wie viel haben wir denn dann drei vier fünf sechs oh und wie viel muss ich machen das weiß ich gar nicht ähm eins zwei drei eins ausfallen lassen eins eins nach rechts eins auslassen den dann haben wir gesagt wir müssen eins nach rechts und dann probiere ich die Ecke die natürlich wieder falsch ist das ist auch immer ja ich sag also die nachfolgenden ähm let's plays oder wie auch immer können sich nur noch um einige Stunden verzögern eins nach rechts auslassen eins nach rechts nach rechts der und ich hab doch keine Ahnung muss ich denn wieder zurücklaufen muss ich dann nach hinten laufen oder soll ich das wissen okay eins zwei drei auslassen eins zwei auslassen eins zwei es hat anscheinend auch nichts mit der Flugbahn hier zu tun wo habe ich den jetzt eben probiert da hinten davor ist es auch nicht ich weiß schon gar nicht oh ich weiß schon gar nicht mehr wo ich hier alles probiert habe das geht ja mal gar nicht ja was ist das hä was macht denn jetzt hallo was war denn das jetzt für ein Quatsch eins zwei drei auslassen eins zwei warum wollte das grad nicht eins zwei auch nicht oh also wie gesagt mich nervt sowas immer total wenn ich dann immer wieder das gleiche machen muss ich meine ich hab jetzt den weg so einigermaßen drin also wieder rein ist es auch nicht keine ahnung ich hab dann auch keinen bock dann 20.000 mal die gleichen Sachen hier zu machen man merkt es vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen an meiner Laune also die ist gerade bei solchen Rätseln geht die ganz schön in den Keller also wenn ich mal gefrustet bin weil ich nicht weiterkomme ist das die eine Sache aber dann sehe ich hier auch keine Logik dahinter eins überspringen Moment nach rechts eins überspringen und eins nach vorne okay das ist natürlich falsch das war mir irgendwie von Anfang an schon wieder klar drei aua eins zwei eins zwei überspringen drei oh Gott und eins nach links war das so ich hab's mir jetzt mal einfach aufgeschrieben ich werd aber wahrscheinlich nie wieder hier hingehen es sei denn das gibt's noch bei den Herausforderungen dann wäre es natürlich ganz gut wenn ich wüsste wie das ging oh komm einmal voll mit dem Kopf davor oh sag mal bitte wir sind am Ende keine Träne wiegt so schwer wie eine Träne der Liebe und deshalb war keine Träne jemals so schwer wie diese ja mach bloß keine Flügel genau die Träne des gebrochenen Herzens der Göttin der Liebe ah komm als wäre Aphrodite die erste die je eine Trennung durchgemacht hat Zeus das war keine Trennung er ist tot ich stimmt ja also es war mir irgendwie klar dass der dann dass die dann die Flügel nicht öffnen würde im letzten Moment nein was macht die ist die doof oder was ich hab auf die Flügel gedrückt was macht die denn hat die jetzt ein Salto gemacht ist nicht dein Ernst jetzt kann ich hier eigentlich so drüber laufen oder geht das Ganze da wieder von vorne los das wäre nämlich Mist also das hat anscheinend tatsächlich irgendwie was mit dem nach oben gucken zu tun aber warum die jetzt gerade nicht gesprungen äh die Flügel nicht gemacht hat weiß ich jetzt nicht nein ey Mädel ich guck nach oben mach den Flü und die geht senkrecht nach unten was soll das ja mach die Flügel weg also normal ist das wirklich nicht ich bin ja schon ein bisschen genervt jetzt von einem Rätsel bevor ah ne so wenn ich jetzt wieder abstürze ne kriege ich einen Schreikrampf wieso hat die das nicht direkt so gemacht perfekt fängt phoenix hätte schwören können dass aphrodites tränen für adonis irgendwie schwerer wogen nachdem sie die unterwelt verlassen hatten mit den drei tränen machte sich Phoenix auf die störst wurzel zu zähmen und den afrodites gewölbe einzudringen ja so einfach vergiss es ja das stimmt wir haben jetzt schon alle drei tränen bekommen aber wo müssen wir dann hin da oben hin verschaffen die zugang zum gewölbe ich weiß nicht was besser ist ob wir erst zum gewölbe gehen sollen ich wollte gar nicht von der karte weggehen oder erst hier die sache mit achilles machen sollten ich denke mal dass wir erstmal in der nächsten folge zum gewölbe gehen werden und dass wir uns dann mal versuchen um achilles zu kümmern weil ich habe das so verstanden also mir wurde gesagt dass wenn man sich um diese helden nicht kümmert irgendwann mehr helden auftauchen also dunkle helden sozusagen und ja die dann dementsprechend einem alle auf den sack gehen und irgendwie ein alle ständig folgen ich muss mal gucken wie ich das in der nächsten folge mache vielleicht gehe ich jetzt hier auch zu fuß rüber und versuche unterdessen schon mal achilles zu besiegen oder eventuell kriege ich ja auch noch ein segen von der afrodite das weiß man ja nicht wenn wir das jetzt gemacht haben da das könnte uns natürlich unter umständen helfen ich werde mal schauen wie ich es mache vielleicht probiere es doch einfach aus und merkt dann ohne der ist so stark und dann gehe ich doch erst mal zur afrodite danach ich weiß es noch nicht ich freue mich auf jeden fall auf die nächste folge und hoffe dass wir vielleicht noch einen segen bekommen und hoffe natürlich auch dass wir achilles in der nächsten folge besiegen können bis dann so